Einen wunderschönen guten Hallo und Willkommen zu einem weiteren Champions-Test. Warum rede ich so leise? Ich hab die Tür offen. Mir ist es unangenehm. Ich bin heute mal richtig, richtig... Felix! Was hab ich dir gesagt, was ich mach? Ja, richtig. Ich wiederhole mich. Einen wunderschönen... Mir hat's die Kamera gedreht. So ein Bullshit. Nee, es ist viel zu warm. Mit dem Generation... Ups. Zweier Quarter beim Radio-Championat. Freunde der Sonne, es ist eines der letzten Championate mit meinem Charakter. An dem Tag, an dem sie rauskommen... ...gekommen sind. Wir befinden uns hier in der Zukunft. War ich tatsächlich arbeiten, das heißt, ich musste mich einen Tag vorher von, von... Boah, ich werd die richtig vermissen, die Olle. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich hab gesagt, ich mach jetzt noch alle Championate an dem A... Ich glaub, alle pack ich nicht, weil ich muss momentan cool aufstehen. Ich muss ein Viertelfuß selbst schon auf der Arbeit sein. Ich würd jetzt mal sagen, es ist das vor... vorletzte Championat. Ich hab keine Ahnung, wie's abschneiden wird, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nur, dass mal die Appalooza ganz gut waren. Sag mal, hat die einen Bart? Ich glaub aber, da was ist mittlerweile... Also, die müssen aber immer noch gut sein, wurde irgendwie nur die Geschwindigkeit genommen. Glaub ich. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn gewesen? Mein Zukunfts-Ich kann ja mal einfügen, ob ich mein altes... Mein altes Ich vermissen werde. Oh Lord, ich hoffe es... Ich hoffe, ich hab Hofeisen drauf. Aber ich müsste eigentlich Hofeisen drauf gemacht haben. Ja. Ausch. Ha. Scheiße. Mein Zukunfts-Ich kann ja gerne mal einfügen, ob ich mit meinem neuen Ich zufrieden bin. Mittlerweile sind ja auch schon einige Wochen vergangen. Und dann, ähm, bin ich gespannt. Ich mein, wir haben alle unser Aussehen. Es gibt so viele Charaktere, die ich seh, wo ich mir denk, boah, die erinnern mich an dies, das, ananas. Sei es an einen Fabi, an eine Karo und sei es an irgendwelche Freunde, Feinde, Verlobte, Verwandte, ist mir vollkommen egal. Und ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob wir das jemals so wiederhaben werden, weil ich das Gefühl hab, dass wir alle doch ziemlich gleich aussehen. Ja, wir haben verschiedene Gesichter. Ähm... Körpergemacht. Und soll den Tag nicht vor einem Abend loben. Kennt ihr den Spruch? Ja, mein Motto gefühlt. Was wollte ich nochmal raus? Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm... Obwohl wir verschiedene Möglichkeiten von Gesichtern haben. Ach, mein Gott, der Sprung ist richtig schlecht geworden. Ich will, glaub ich, gar nicht weiter über die neuen Charaktere reden. Genießen wir die Momente einfach noch weiter. Sauber. Erstmal rülpsen und dann mit dem Rollstuhl unterdrücken. Nee. Ähm, von Corta bin ich sichtlich enttäuscht. Ich mein, ich lieb's. Auch wenn's nicht das schönste Pferd ist. Ist das überhaupt ein Zweier... Ist das ein Zweier-Pferd? Doch, eigentlich schon. Ich mein, wenn ich's mit dem Shire-Vergleich... Doch, doch ist es ein Zweier. Aber, ähm... Ich mein... Äh... Ja, wir sind Fünfter geworden. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Aber das war keine Meisterleistung. Ob das auch an mir lag? Ja. Ich denke, das Pferd bleibt jetzt erst mal in unserem Stall. Da geht's ihm gut. Der kann es ruhen. Könnt mir gerne mal eure Meinung zu diesem... Gibt's die noch zu kaufen? Doch, die gibt's noch zu kaufen. Quarter in der Generation 2 in die Kommentare schreiben. Und mir auch verraten, ob ihr ebenso eins besitzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Und ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal.